So, schönen guten Morgen zum Handelsstart in die neue Woche und wir werfen einen kurzen Blick zurück auf das, was am Freitag noch passiert ist. Sie sehen es, verhalten rote Vorzeichen, das Ganze nach einem ganz soliden Beginn, nachdem ja die amerikanischen Banken unter anderem JP Morgan Quartalszahlen gemeldet hatten. Die sind gut am Markt, zunächst einmal gut am Markt angekommen. Die Aktien sind auch zunächst einmal gut hochgelaufen, nachdem die Zahlen über den Erwartungen gelegen hatten. Dann allerdings ging es runter mit der Begründung, es wäre von den Anlegern ohnehin erwartet worden und deshalb, wie gesagt, ein etwas kleineres Minus, dann 120 Punkte ging es für den Dow nach unten. Insgesamt über den Wochenverlauf, der Dow trotzdem im Plus 1,8 Prozent, der S&P im Plus 1,8 Prozent und ich denke, der Nasdaq war sogar noch etwas stärker unterwegs und das heißt, wir entfernen uns hier wieder von unserer langfristigen Trendmarke. Sieht momentan ganz interessant aus, zumal auch der Militärschlag in Syrien jetzt zunächst für eine Art Erleichterung sogar gesorgt hat, weil viele Marktteilnehmer glauben, das war eine isoliert zu betrachtende Maßnahme als Antwort auf die vermeintlichen Giftgasanschläge und eine weitere Eskalation steht erstmal nicht im Raum und die Russen und der Iran werden sich jetzt hüten, da direkt drauf antworten zu wollen. Also verhalten positiv. Hinzu kommt natürlich, dass wir uns jetzt in die Quartalssaison für das erste Quartal begeben und da wird damit gerechnet, dass die amerikanischen Unternehmen, die ja durch den S&P 500 unter anderem abgebildet werden, dass es hier einen kräftigen Gewinnsprung gibt um rund 17 Prozent. Also gar nicht so schlechter Auftakt. Für den Bitcoin übrigens auch, da ging es zuletzt kräftiger mal nach oben, auch wenn sich das hier gerade etwas von der Tafel her anders darstellt, aber zuletzt wieder Kurse jenseits der 8.000 Dollar Marke. Also der Optimismus, was die Kryptowährung betrifft, nimmt wieder zu und es gibt jetzt schon Stimmen. Also einer der größten Bullen für die Kryptowährung hat gesagt, der Bitcoin wird bis zum Jahresende auf etwa 25.000 Dollar steigen. Ich weiß jetzt nicht, woher er die Erkenntnis hat. Ich weiß auch nicht, woher er das Kursziel hat. Es wird auf jeden Fall volatil bleiben. So viel kann man, glaube ich, hier schon sagen. Etwas längerfristig gesehen scheint es sich tatsächlich so in diesem Bereich einen Boden gebildet zu haben. Drunter scheint es nicht mehr gehen zu wollen. Erst einmal und von dort aus könnte man natürlich eine Bewegung nach oben starten. Kommen wir zum Goldpreis. Wer jetzt dachte, dass es mit diesem Militärschlag in Syrien zu einem kräftigen Anstieg kommt, der sieht sich getäuscht. Das ist die Reaktion am Markt eher mal verhalten und das Ganze auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass natürlich weitere Zinsanstiege in den USA anstehen. Und Sie wissen ja, Gold zahlt keine Zinsen. Von daher halten sich Anleger erst einmal zurück. Ich bleibe aber dabei, wenn wir hier über diese 13,65,30 gehen, dann könnte es nochmal einen richtigen Knall nach oben geben. Und die letzten Bewegungen, die doch relativ gesehen sich jedenfalls gemessen an dem, was vorher passiert ist, immer weiter abgeschwächt haben, deuten für mich doch darauf hin, dass wir zumindest mal einen Angriff starten und einen Testwagen auf dieses Hoch. Und dann sehen wir ganz einfach mal weiter. Zumal ja viele amerikanische Anleger in Umfragen angegeben haben, dass die geopolitischen Risiken sie momentan besonders umtreiben. Also vielleicht doch gar nicht so schlecht für Gold, nur im Moment eben nicht die erwartete Reaktion. Anders als der Ölpreis, der ist ausgebrochen. Das hatten wir schon mal in der vergangenen Woche gebracht. Das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis. Jetzt werden mittlerweile Kursziele 70, 72, 75 Dollar je fast schon rumgereicht. Allerdings nicht wegen Syrien. Syrien, was die Ölproduktion in dem Land betrifft, das kann man durchaus vernachlässigen. Aber es geht natürlich um den Iran. Es geht darum, wie sich das insgesamt ein bisschen ausspielt und ob das dann nicht zu einer Verknappung des Angebotes führen könnte. Kommen wir zum DAX. Der sieht vorbörsig gar nicht schlecht aus. Vorhin waren wir mal im Bereich 12.500 Punkte. Ich habe es gesagt, Syrien war durchaus jetzt erwartet worden, dass es zu irgendeiner militärischen Handlung kommen würde. Man rechnet nicht mit einer Eskalation und vor dem Hintergrund jetzt, wie gesagt, gar kein so schlechter Start in die neue Woche erwartet. Die Deutsche Bank natürlich wieder im Fokus, nachdem der Druck auf Achleitner wächst. Zuletzt ja den Vorstandschef ausgetauscht. Und jetzt, wie gesagt, der zunehmende Druck auf den Aufsichtsratsvorsitzenden bleibt eine spannende Angelegenheit. Ebenso wie Rocket Internet, die nicht nur Zahlen gemeldet haben, die tatsächlich sehr gut gewesen sind, den Umsatz gesteigert in den Kernmarken um etwa 25 Prozent. Der Verlust wurde gleichzeitig reduziert und es wurde ein Angebot für einen Aktienrückkauf gemacht im Bereich 24 Euro. Also insgesamt eine sehr runde Geschichte. Könnt jetzt vielleicht ein bisschen unter Druck kommen, müssen wir auch hier mal ganz einfach warten, wie sich's ausspielt. Und jetzt schauen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimpke. Wie ist heute Morgen? Denn insgesamt mit der Gefühlslage ist bei euch. Ja, einen schönen guten Morgen. Gefühlslage ist gut, zumindest bei mir. Das Wetter war hervorragend. Das erste Mal gegrillt innerhalb dieses Jahres. Läuft, könnte man meinen. Auch ja eigentlich hier am Markt. Am Freitag war es ja gar nicht so schlecht für den DAX. Ja, letztlich nur ein moderates Plus von 0,2 Prozent. Da hat man einen großen Teil der Tagesgewinne wieder abgegeben. Aber auf Wochensicht gesehen ja ein Plus von 1,6 Prozent. Dritte Gewinnwoche in Folge hatten wir so dieses Jahr noch nicht. Also das Thema Schaukelbörse. Ja, vielleicht kommen wir jetzt langsam aber sicher mal zu einem Ende. So heißt es zumindest oder ist die Hoffnung einiger Experten hier. Und man hofft eben auch, dass man sich jetzt mal wieder auf fundamentale Daten, wie zum Beispiel das Thema Quartalsberichtssaison, konzentriert und die politischen Geschehnisse etwas ausblenden kann. Beim DAO Gewinnmitnahmen am Freitag. Ein halbes Prozent ging es nach unten. Auf Wochensicht gesehen ja aber auch komfortables Plus von 1,8 Prozent. An den asiatischen Märkten der Nikkei auf jeden Fall gefragt. Hang Seng und Shanghai Composite allerdings relativ deutlich im negativen Bereich unterwegs. Fast zwei Prozent das Minus dort. Da sind es diese geopolitischen Spannungen, die einmal mehr belasten. Aber wir scheinen das jetzt hier in Frankfurt zunächst erst einmal ausblenden zu können. Und damit vielen Dank für diesen ersten Eindruck aus Frankfurt. Wir sehen uns wieder um 14.40 Uhr mit der US-Vorpörse. Bis dahin, gute Zeit, gute Gorset. Bis zum nächsten Mal.